ARD Text im Auftrag von Funk Ach du Scheiße ey Ich muss mit ihnen sprechen Ach du Scheiße Oh oh Hohoho Ich hoffe die machen die Spinde nicht auf Denn dann stecke ich glaube ich richtig in der Scheiße Ja gerade eben Jetzt genau Hier Punkt ne Boah Das ist richtig erwärmlich jetzt gerade Ich stecke hier gerade in der Scheiße Und Und Drei Stück waren da gerade Wenn ich das richtig gesehen habe Die Leute Oh Mann Oh Mann Haha Die scheinen hier noch in der Nähe zu sein aber alles Problem ist ich sehe die gerade nicht Die wechseln Bei meinem Glück ey Gehe ich jetzt raus und dann kommt mir dann gegen Ich kenn das ey Das ist jedes Mal Ok warte mal ganz kurz Leute Ok wir müssen hier lang dann da 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 Dann nach links Äh Äh Bissin Scheiß Zwischenfähig Oh Mann ey Dann da mal lang Zock Zock Boah So ein weh ich ey Egal Aber ich muss da ein ganz kurzes Leben nehmen Wie kann ich mich nochmal hallen? Kann ich mich nochmal hallen? Wollen wir gerne nochmal kurz nachgucken Äh Spieltastenbelegung da Mh Mh Krischhochkampf Slumwerfer Ja sehr wohl es Neckere Schocker Äh Äh Nüratrisen benutzen E Nein nicht schweichern Ich hab doch nichts geändert Warum fragt ihr mich denn dann ey? Ich hab doch nichts geändert Ja überschreien Ja überschreien Jetzt natürlich Weiter im Takt Oh 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 Ich hoffe dass ich hier eine Fluchtmöglichkeit Möglichkeit bekommen werde Scheint Scheint Clean zu sein Hoffe ich jedenfalls Kann ich mir unter Schreibtischlaufer stecken? Kann ich mir unter Schreibtischlaufer stecken? Die sich in Ihrem Besitz befinden Die sich in Ihrem Besitz befindende Blackbox ist von höchster Sichtigkeit für Weyland-Yutani Unter bestehenden Firmenabkommen müssen wir Sie darauf hinweisen, dass Sie wie Wir werden bald bei Ihnen sein Nachfolgend Sende ich eine Privatnachricht an Marshall Wade Die suchen mich noch die Schweine Okay Ich werde sie sowieso fehlen Das ist schon ein bisschen ätzend So jetzt mache ich jetzt da lang dann da 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 Boah ich muss bis dahinten zurückgehen da ist doch vorwörtchen Arsch Klingel nach Unterbrechung aktiviert Bereithalten Böö Böö Bö Bö O Eigentlich müsste ich jetzt nur Radaus durchrennen. Das ist sicher nur ein Missverständnis, ich denke aber nicht. Ich hoffe, dass er mich hier nicht sieht. Das ist die Kommunikationszentrale. Renn schneller, du doofe Sau. Renn! Alle Besucher müssen sich an der Rezeption lehnen. Da krieg ich mal so richtige Paras, wenn man eins wehren. Ja. Ja. Das war's. geschafft leute mein herz das war jetzt rettung in vorletzter sekunde hier war schnell durch den tunnel wieder sicher ist sicher die trainer völlig durch diese androiden ich glaube die suchen mich da immer noch komplett die dreck säcke ja Oh! Äh... Ja. Ich hoffe, ich muss noch nicht wieder... Oh, ernsthaft? Ja, Leute, ich mach jetzt erst mal dann Feierabend. Äh, das ist ein bisschen doof hier bei das Spiel. Ähm, wie ich ein bisschen kacke. Aber naja, was soll man machen? Ähm, ich hoffe, dass wir uns das nächste Mal wiedersehen werden zu Alien Isolation. Äh, ansonsten wünsche ich euch noch eine angenehme Woche, einen angenehmen Tag. Und ich sage auch bis zum nächsten Mal, euer FIFA Fan. Peace.